Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, heute bringe ich mal wieder Word of War Chips. Und ja, es ist nichts Besonderes geplant oder so. Ich wollte ein bisschen den Flugzeugträger spielen. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video. Kurzer Zwischennachtrag, bevor die Runde startet. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Audio in dem Video. Keine Ahnung, ich bin ungehebbar zu laut geraten. Verzeiht diesen Fehlerbetter, aber die Runde war trotzdem sehr cool. Deshalb ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Und ich bin immer noch etwas verschnupft. Im nächsten Video sollte das allerdings endgültig besiegt sein. Die Krankheit, offensichtlich. Also verzeiht dies bitte auch. Und ja, genau. Also zwei kleine Malheure, aber obwohl, was heißt Malheure für die Krankheit, kann ich nichts. Aber ich hoffe, wie gesagt, die Runde war cool. Ich wiederhole mich. Viel Spaß mit dem Video. Wie schon gesagt, jetzt geht es aber in die Runde. Ja, da sind wir auch schon. Die Runde wird schwierig. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ei, ei, ei. Ja, wir haben sehr starke Flugabwehrschiffe im Gegenderteam. Möglicherweise drei Zerstörer, zwei Schienmesser sind wir hinten davon, aber leider auch nach Haarland. Zwei Smolensk, Stalingrad, die sind alle sehr übel. Puerto Rico ist übel. Republik ist übel, Ohio ist übel. Ei, das kann schwierig werden. Aber egal. Wir schaffen das schon. So, suchen wir erstmal die Zerstörer. So wie immer. Na komm, unter der Insel können wir eigentlich auch tuckern. Tut ja nicht weh. Ich würde mich gerne so hinstellen, dass die... Nein. Ach, egal. Stimmt, einmal Jäger zurückschicken wäre vielleicht eine gute Idee. Man merkt, dass ich lange nicht mehr Flugzeugträger gespielt habe. Aber das passt schon. So, da ist die Republik auch schon. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Zerstörer haben. Wenn nicht, fliegen wir die Republik an. Die steht gerade so schön. Oder die Handy. Ja komm, dann wird's die Handy. Oh Gott. Autopilot-Mode disabled. Nein, den solltest du nicht disablen, den Autopilot. Autopilot. So. Jetzt bin ich rausgetappt. Ich muss das unbedingt anmachen, dass das nicht geht. Rupdiger Start. Egal, 6000 Schaden mit dem ersten Angriff. Leider alle Jäger noch direkt danach verloren. Deswegen haben wir sie ja auf einmal zurückschickt. Aber egal. Ja. Fliegen die das Ganze jetzt mit den Bombern? Und da hinten ist die Ohio. Das ist allerdings auch die Stahlen direkt in der Nähe. Da hätten wir die Hinti in der Smolensk auch noch. Oh Gott, das will. Die wird den Kuhfürsten haben wollen. Das können sie allerdings mal schön knicken. Ja, ich muss die jetzt setzen. Sonst bringt das eh nichts mehr. Komm schon. Fliegt den Top. Fliegt den Toppermann hinterher. Scheiße. Gut. Versuchen wir die Schie mal zu finden. Ich hoffe mal, dass die hier am Caprand rumgehört. Wenn du mir sagst, dass die da ist, dann... ...drehen wir mal um. Ja, da ist er. Ich hätte sogar ihre Flughafte werden. Oh, wie schön dämlich. Oh, da wird das jetzt so zugebombt. Nice, ein Treffer. 4.000 Schaden. Geil. Sehr gut. Boah, vielen Dank an wer auch immer da gepinkt hat. Wichtig, wichtig, dass ihr hier gerade so viel Damage frisst. Hm, vielleicht erwische ich sie jetzt sogar. Ja, easy. Und zurück. Ja, nice, ey. Direkt die Zerstörung ausgeschossen. Sehr gut. Wer hat das geschrieben? Die Macau. Okay. Geil. Perfekt. So startet man noch gerne. Wir haben sogar sehr viele Bomber verhalten. Das ist auch sehr gut. Schlafflugzeuge sind auch bald wieder vollzählig. Leider frisst hier Macau jetzt Jäger. Ähm. Herzlich gut gemacht. Ja, gehen wir ihr Jäger mal hier mit dem einfach in den Bereich. So, dass sie ein bisschen manövrieren kann. Ich hoffe, dass sich die Jäger davon ein bisschen abschrecken lässt. So, ich versuche jetzt einfach, die Republik auch anzufliegen. Ich hätte einmal Taubstmann zurückschicken sollen, aber ich weiß jetzt keine Zeit mehr. Oh, bitte fährt ihr etwas weiter außen an der Insel entlang. Ich denke, das ist ein sehr beschissener Winkel, aber sie dreht, glaube ich, gerade auf Vorderkanne ein. Ach, versuchen wir es einfach. Oh, wir sind wieder voll sogar. Dann fliegen wir los mit denen. Komm, schauen. Und wenigstens einen. Schade, da habe ich gefällt. Hätte ich besser setzen können. Nein, doch, einer. Immerhin. Immerhin einer. Besser als gar nichts. Schade, dass die Montel tot. Keine Ahnung, wo die anderen Zerstörer sind. Die sind aber auch nicht in den Caps drin. Tatsächlich. Ich muss einmal, 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 einmal zurückschicken, muss ich vergessen. Jetzt fliegen wir die irgendwie. Ne, wenden, wenden, wenden. Wir fliegen schön im Schutz der Insel an. Da kommt Taubbomber. Scheiße, ich hätte es doch sitzen sollen. Ich habe schon überlegt, ob ich Jäger setze. Die Mino könnte aber noch reinlenken, tatsächlich. Mist. Nice. 8000 Schaden, geil. So, suchen wir mal ein paar Zerstörer. Die Spillenkskin in der Mitte, wenn die tot wäre, das wäre jetzt so geil. Das wäre perfekt, wirklich, aber... Na, schade. Ja, der Tipu hätte die Mino rausgeschossen, das war abzusehen. Schade. So, wo ist... Okay, ein Zerstörer ist auch hier beim Cap. Ja, komm, den holen wir uns. Da bin ich spottet. Jetzt erst? Ein bisschen spät. Ja, gut, das ist die Harland. Gott, das Sehen macht die Enddamage. Egal, das war ein Traumtreffer. 9000 Schaden, geil. Nice, 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 nice. Dann sind sie immer noch offen. Na, ich muss erst mal an der Zerfung und diese lange Offenheit, wie es geht. Ich verliere jetzt auch alle Jäger. Das nehme ich billigend in Kauf. Und setze hier schnell, Jäger. Hätte ich sogar noch einen Ticken später setzen können. Ja, mehr konnte ich da jetzt allerdings auch nicht machen, aber vielleicht kriege ich sie rausgebombt. Tatsächlich sogar. Okay, mit den API-Bombern. Wo will die hin? Die will doch nicht auf die Makaro gehen, oder? Ja, ich würde schon sagen, das wäre auch, äh, was ist das merkwürdig? Vielleicht auf den Kuhfürsten? Naja, ist mir auch egal. Traumhaft. Sehr wichtig. Schicken wir einmal Bomber zurück, weil wir die Republik jetzt gleich anfliegen. Das ist selbstverständlich jetzt nicht gerade so ein geiles Ziel. Ach, scheiß Winkel wieder. Ärgerlich. Schnell, bevor wir noch Bomber verlieren. Oh, die sind, die sind, die sind ärgerlich geflogen. Die Tops. Äh, die, die Tops, genau. Die Bomben. Also, das muss ich ehrlich sagen. Das war nicht so geil. Wir könnten überlegen... Nehme ich eine Insel, die weiter vorne ist? Wir haben eine ganz gute Map Control auf der Seite hier. Hätte ich kürzere Anflugwege. Na, schwierig. Ja gut, ein A-Captor-Kur-Fürst, das ist nicht die Shima. Ah ne, die fickt die Shima an, die Akiyaru. Ja gut, die Shima ist auch tot. Ne, ganz geil, wenn ihr noch toppen, äh, wenn ihr noch hätte toppen können. So, du stehst wunderbar bereit, seid ihr meine Hübsche. Ah, bremst sie mir mal ab. Scheiß, oh Gott, hab ich's verlernt? Torpen mal zu schmeißen, oder was? Das ist ja, ne, wie schlecht war das denn von mir. Obwohl, ja, vielleicht sitzen sie sogar noch. Ja, mm, 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 mm. Oh, lecker, 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 lecker. Aber die wären richtig schlecht, das sehe ich ja jetzt schon. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ach komm, einfach. Einfach rein. Mm, Bomber. Nice, das ist der Wassereinbruch auch, wichtig. Ja, belastet, wenn zwei Schlachtschiffe so weit hinten sind. Okay. 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 Ich hab leider keine Jäger mehr für den, der mich gerade etwas verteidigt vor der merkwürdigen Smolensk oder so. Ja, das ist die Smolensk, die jetzt im Cap ist. Das ist die Handy, die hab ich gesucht. Oh Gott, der hat da noch so viel Leben. Ah. Wenn man einmal lieber ein deutscher Flugzeugträger wäre, hm. Nein, da sind die Jäger, ich muss die Handy annehmen. Das geht jetzt nicht anders. Oh Gott, und hoch. Und bremsen, 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 bremsen. Ja, die Jäger sitzt zu spät, meine Hübschen, bis dahin bin ich weg. Mm, 14.000 Schaden. Mm, lecker. Die Schimas da oben. Okay, nice, jetzt weiß ich es endlich. Hätte ich auch schon viel früher Janken zugegeben, aber nice. Jetzt kann ich sie mir holen, wenn die Schima raus ist, ist das noch zu gewinnen. Ich hätte sogar ein Team, okay, das fällt mir jetzt erst auf. Nice, Kufus ist tot, wichtig. Ich muss der Petro mit der Stadin helfen. Okay, nee, ich glaub, da ist nicht mehr viel zu helfen. Ja, nee, da ist gar nichts mehr zu helfen. So, Schima. Irgendwo hier geisterst du rum. Also, komm, irgendwie sich beschweren, dass ich keine Zerstörer angegriffen habe, das können sie auch nicht. Ich habe geholfen, zwei Zerstörer zu versenken. Einen habe ich selber versenkt und den anderen, den habe ich die ganze Zeit aufgehalten. So, fliegen wir mal auf die letzte Position. Wo wird sie langgefahren sein? Ich schätze mal, sie wird etwas weiter nach oben gezogen sein. Ja, da ist er. Jetzt fliegen wir das Ganze noch mal kurz so rum an. Schwups, und los geht's. Oh ja. Mmh, 4000 Schaden. Mmh, lecker. So. Ah, noch aktiviere ich keinen Motorbus, noch brauche ich ihn nicht. Nein, 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 nein. Der Motorkreis ist nicht so groß. Egal, nice. Nochmal ein guter Treffer. So, reinwenden. Gut, der Ping geht auf die Monte, nicht auf mich. Schade. Egal. Starten wir kurz Bomber und versuchen, diese Republik endlich mal rauszunehmen. Die müssen nämlich wirklich mal jetzt so langsam sterben. Ich habe leider keine Jäger auf den... Na, das habe ich wieder vergessen. Schiff durch Fliegende entdeckt. Ja, ja. Ah, scheiße, ey. Leider verloren. Schade. Komm, schön auf die Aufbauten. Nice, Alter. Sechs Bomben. Kriege ich den Kill? Nein. So, jetzt drückwärts fahren. Meine hübsche Baum fährst du vorwärts. Jetzt bin ich, glaube ich, sogar wieder unspottet. Jetzt setzen wir hier einfach mal Jäger. Die Schima will ich noch killen. Die will ich mir noch holen, wenigstens. Ja, da vorne ist sie auch. Da bist du. Nice, das ist dein Flugabwehr sogar noch an einem dummes Stück. Komm, 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 komm. Wenn einen guten Treffer kriege ich sie. Nein. 2000 Schaden, ey. Den wird es aber löschen können, den Brand leider. Schade. Na gut. Ähm. Ja, ich komme jetzt zum Lenskauer nicht mehr ran mit den paar Jägern. Ich versuche, den Stein jetzt noch mal in Brand zu geben. Das Einzige, was mir einfällt. Oh Gott. Nice. Zwei Brände. So. Du wirst mir eins stehen. Danke. Ja, die Stein kriege ich aber noch. Ja, ja. Tops, Tops, Tops. Tops geht's gut. Äh. Raus hier. Ähm. Schleunigst rückwärts fahren. Ja, doch. Ich versuche mal die. Nice. Die Stein ist ausgebrannt sogar. Oh Gott. Versuche irgendwie näher an die Insel zu kommen, Carrier. Hauptsache, du bewegst dich. So, Shima. Wo bist du? Da. Dich kriege ich noch, meine Hübsche. Du stirbst noch. Ach, komm. Ja, jetzt aktive ich auch meinen Motorboost. Ich kann den Brand nicht löschen. Okay. Diese eine Rakete. 540 Schaden nur. Come on. Hey, just please. Geht doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, womit kriege ich hier noch die meisten Damage hin? Mit den Bombern. Scheiße. Ich glaube, die Smolenski noch versuchen zu knacken. Vielleicht kriege ich es noch hin. Ah, belastend. Ah, belastend. So eine schöne Runde. Ja, schade. Schade, ey. Den haben wir wirklich gerne noch geflohen. Hätten wir 130.000 Schaden auf jeden Fall noch zusammen bekommen. Wie zufrieden sind sie mit den Gefechten? Ich bin eigentlich zufrieden mit der Runde. Nur, weil wir halt ärgerlich, dass wir verloren haben. Schade. So eine schöne Runde. Wirklich. Unterstützer. Ey. Ist das ärgerlich. Ey, drei Kates haben wir sogar hinbekommen. Und hier wird geschrien, ich sei nicht gut. Die Markkau kriegt einen Lob. Die hat gute Manieren. Hat auch gut gespielt. Hat mich verteidigt. Ich habe meinen Job gemacht. Also ehrlich. Ich habe bin... Ich bin schön nochmal auf die Zerstörer mitgegangen mit der Midway. Das muss man ja machen. Die ist ja absolut Zerstörer-Killer, das Ding. Gut, die Top-Amm hätte ich etwas besser setzen können. Aber... Jetzt mal ehrlich. Das war... Das war rundschlussglücklich. Der Schima habe ich 9.000 gemacht. Der habe ich 12.000 gemacht. Der Haaland habe ich 10.000 gemacht. Die beiden Schimas habe ich sogar versenkt. Also, just come on. Der Blick habe ich 43.000 Schaden gemacht. Der Arm. Egal. Passiert halt auch mal. Wenn man so eine Runde verliert. Kommt. Ihr seid noch dabei, wenn ich den Container öffne. Komm. Ich versuche mal mein Glück. Eigentlich nicht mal mehr Ressourcen. Sie wurden gelobt. Sehr schön. Ach, schade. Leider kein Super-Container. Spam. Container öffnen. Ja. Nice. Aber Kohle trotzdem bekommen. 900 sogar. Sehr schön. Freue mich. Ja. Ich hoffe, diese bittersüße Runde hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnte ich sehr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten guckt auch unter das Video. Da ist die Playlist verlinkt. Ich habe schon ein paar Wartoff-Warships-Videos gemacht. Und ja. Also. Bis dahin. Macht's gut. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Also. Tschüssi.